Und dann... Oh, Regen übrigens. Wie immer. Servus und hallo, willkommen zu Raze07. Wir starten in die zweite Halbzeit der Saison, glaube ich schon. Und mit mir dabei ist wieder der Jake. Hallo, servus, grüß Gott zu Haus. Und der Jockel. Juhuuu. Und natürlich der Walvo. Ja, Hallöchen. Der Schlau-Schwitzring. Jungs. Dann fahre ich da zuerst los. Oder Lauschwitzring. Heute. Das ist nämlich sauheiß bei uns. Wie überall in Europa. Überall auf der Welt. Alle, die uns jetzt zuhören aus, was weiß ich. Na gut, wenn das rein und online kommt, ist es wahrscheinlich schon kühler. Das stimmt, ja. In der Produktion. Aktuell vier Rellen hochgeladen. Bei mir ist es bei einer Nummer neun oder so. Eben circa Saison-Halbzeit gerade. Ja, nach dem Rennen auf jeden Fall. Das ist also jetzt das erste Saisonabschnitt zu Ende. Wann kann Belos seine Weltmeisterschaft fixieren? Tja. Das ist nämlich eine Strecke von ihm. Hat er sich ausgesucht. Auch wenn du der Sieger von Spa warst. Punktetechnisch hat das Jake natürlich nichts gekostet. Leider. Es steht 88 zu 59 zu 36 in der Reihenfolge Baylor Joe Carvalho. Mhm. Aber dass wir uns auf den Top 3 wiederfinden, hätte ich mir auch nicht gedacht. Also, nachdem wir die KI verstärkt haben. Hui. Kurve. Echt. Ja. Mal sehen, was da noch für Strecken kommen, die uns vielleicht nicht so liegen. Mhm. Vielleicht gleich der Lausitz-Ring. Hol da Joker gerade so eine Runde aufgestellt. Sie sah ganz gut aus. Schon mal vorgetestet, der Cheater. Ach du davor nicht, oder wie? Nö, nö. Ja, an sich eine sehr schöne Strecke der Lausitz-Ringe. Was auch verschiedene Möglichkeiten gibt an Varianten. Das ist übrigens Horizon 7, also es gibt hier keine Rückblenden, die wir einsetzen haben. Grüß Gott. Deswegen muss der Ball wohl jetzt mit dieser Runde leben. Trotzdem Grüße. Grüße. Dieses Milka-Auto. Ne, wie was? Die Milka-Lutscher. In dieser Saison haben auch mittlerweile dann alle Fahrer bereits Punkte geholt. Das hat in der letzten Saison wesentlich länger gedauert. Bis zum letzten Rennen? Ne, aber bis Rennen 17 oder so hat es gedauert mit Jamie Green. Und jetzt ist es... Wiggens auch? Wiggens auch? Ne, Wiggens hat relativ zeitig gepunktet, aber momentan der Letzte in der Wertung ist Marco Wittmann. Und der war letzte Saison ja bester Kali-Fahrer. Wui! Schön! Ein... Walboard 1, 42, 5. Haben sich aber gerade Glock und Peng schon vorgesetzt. Das ist ja überraschend. Ach. 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 Raus jetzt ringen. Warte mal, hier geht's lang. So. Auf geht's für den WM-Leader. Wer im letzten Rennen einen sehr starken Konkurrenten hatte. Wo er einfach nicht vorbeikam. Dreh weiter. Weltenklasse, einfach nur Weltenklasse. Die Hose ist schon auf... Dagegen war der Noris-Ring ein Scheiß, weil er den Lumpen wieder schlagen konnte, der einfach nicht geblickt hat, vorne zu bleiben. Uh. Guck an, wer da vor mir startet. Ich sag immer... Aktuell wird Spender vor Glock und Jukadella. Und es sind alle Gefahren, außer euch beiden. Uh. Ich bin nicht letzter, was ist da los? Geiler, wie hier sogar hinter mir hier ist. Haben Werler, Beißler, Scheider, Hand und Werner hinter mir. Ui. Das ist ja... Hallo. Da geht was. Da geht was. Ja. Also, eindeutig. Und Bader kickt hier auf die gezeitete Runde. Wenn man die, ähm, E2-Feder, die du drin hattest, noch abzieht, dann... Sofort für dich drin. Erster Sektor. 0,8 Vorsprung. Fast eine Sekunde schon. Ach, wie gut, dass der Jake vorher noch mal geübt hatte. Und du nicht, oder was? Bin ich hier der Favorit? Schon lange nicht mehr. War Lausitz-Ring so eins von Beginnern, was du haben wolltest, Jake? Oder war das so... Ich glaub, das kam erst mit der Zeit. Ui. 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 Nur noch 0,1. Warte, lass uns weiter reden, Jake. Was bleibst du heute zum Essen? Kekse. Wie war Wacken? Geil. Gute Kekse? So Schoko und sowas? Ja. Mit Brötchen? Ja. Möchtest du davon kacken? Nee. Nee, nicht gut. Schmeckt mir nicht. So, was sagt die Zeit? Na, vielen Dank, Jake, für dieses tolles Interview. Boah. 1,1 am Ende Vorsprung, ey. Nur Sektor 2 hat ihn nicht gelegen. Boing. Das sollte ich so vielleicht nicht machen. Doch, doch. Kann mal passieren, oder? Panama passiert. Wo kommt der Clown raus? Wo kommt der Clown raus? Wo kommt der Clown raus? Du, 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 du. Bucht, zum Arsch, wie immer. Vorne und her. Ach nee, da kommt's ihm raus, ne? Ja. Ach ja, hier ist die Boxen, aber es war... Vielleicht irgendwann mal... Der sah gerade lustig aus. Oh, hier. Ah. 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 Kurzfristig das Auto rumgerissen. Ist du hier da? Ja. Sonst schießt man ja noch jemanden ab nachher an drin. Ja. Tscholl, Leon. Tscholl, Leon. Sieht der Leiten so dunkel? Sieht der Leiten so dunkel, aber so wolkig, ne? Man fällt mir nicht. Wolkig bis heiter. Wie? Heiter? Mit Aussicht auf Fischstäbchen. Wolkig bis heiter. Mit Fischstäbchen, Wolken. Ach, hat er sich. Genau. Wo liegt der Lausitz-Ring? Na, Lausitz. In Brandenburg. Okay. Nicht weit von mir entfernt. Boah, jetzt hab ich was verraten. Sind da viele Renner gefahren? Ja. Äh, ADAC Masters auf jeden Fall. DTM. Motorradrennen sind hier. Okay. Aber leider... Auf der... Auf der Variante auch, oder? Wie du gesagt hast. Ja, also Motorrad und die DTM. Auf jeden Fall. Denk mal ADAC auch, aber was hier sonst... Ah, hat er doch mal gequallen gerade. Red Bull fährt hier auch irgendwelche Rennen. Jetzt will er. Und... Ähm... 120.000 ist hier das... Fassungsvermögen. Aber ich glaub, das erreichen sie nicht. Knapp drei Zehntel Rückstand im ersten Sektor. Wir wissen, dass bei mir der zweite anscheinend recht schlecht gewesen ist. Das hat zumindest siebzehntel verloren. Das soll sehr nach Drift ausgerade. Hm? Da hast du zumindest siebzehntel liegen lassen. Ja, ja, deswegen sag ich. Wobei ich muss jetzt sagen, die... Dieser Kurvenausgang bei Joker sah auch nicht so optimal aus. Was? Das war Weltklasse für meine Verhältnisse. Guck mal wieder rein. Nein. Das ist nicht so schlimm gewesen. Äh, der hat den... Der ist zwei Zehntel immer noch. Ein bisschen weniger. Ein paar Tausendstel gewonnen. Ja, da ist noch alles drin hier. Ich mein, Jake war sehr stark im letzten Sektor. Da war noch alles drin, Jockel. Oh, da kam die Monster Maschine vom BW wieder zum Vorschein. Ja, die hat ja eigentlich Audi. Ach. Ich hab nur einen Kackhaufen auf dem Auto. Und nicht nur einen. Auf dem Dach hast du gleich zwei. Zweiter Platz am Ende. Mit einer eins. Mit einer eins. Juhuuu! Eins für die Fans! Ach, diese Publikumsnähe. Was wollen wir sehen? Das gibt es nur bei Lidl. Äh, bei bei Joker. man sieht dann aber gar nicht ab oder anscheinend nicht aber man kann nur nicht weiterfahren die Karten sind doch ziemlich effekt aus ich glaube ich habe nur noch eine Reifung zu sein ich habe nur noch drei Reifen Reifen hast du doch eine zumindest werden sie angezeigt weil vorhin als ich hier schon mal hinten raus war konnte ich eigentlich entfahren aber auf dem grünen in der Box ist auch noch alle Reifen dran dann schauen wir uns mal das Erhebnis an dann haben wir hier den Baylor von Joker Spengler, Glock, Junko Deiler, Wittmann, Tombe, Ekström, Vittoris und Rockenfeld auf den ersten 10 Tampeng, Wiggins, Priya Olx, Motara, Green, Schlüpper, Götz, Paffet, Motara, Walvo auf der 20 Werden, Beißler, Scheider, Heng und Werner Nein, Michi, hier gibt es keine Rückblende Es gibt Punkte für Baylor Es gibt Punkte für Baylor, Joker und Spengler Und dann Jake wieder mal zu einer hervorragenden Pole Position Ich gratuliere euch beiden Und Spengler Und ihr? Ich habe keine Rückblende verwendet So Regen hat der, klar Ah, ja, stimmt Hatte ich das vergessen? Oh, Mann, mal 45 Lieder mit LITERS LIDER Hey, LIDER Na dann Oh, je Da grinst mich so eine Psycho-Milker-Kuh an Viel Spaß, viel Glück, Jungs Ich verzeh Handschuhe ein und LOS Egal, der Start, Michi bleibt drüben Oh, alter Glock Oh, der Michi saust du, als gibt es kein Hallo Ich werde mich umgedreht Ähm, Orange, ne? Alter, der Glock hätte mich fast in der ersten Kurve weggeballert Jake, wer fahrt in den Orange und Autos außer Green? Welches? Ja, das könnte sein Ja, das könnte sein Der ist irgendwie schön umgedreht worden von Michi Vielleicht auch von Michi, weil der ist da durchgeschossen, alter Schwede Als gäbe es die Rückblenden, oder was? Mhm Boah, Spengler stark Boah, weg Green Haben mal beide Orangen Autos gefüstet worden Einer von mir, einer von dem Film Jetzt ne Rückblende Er ist bei uns für dem Green gegenüber Grüße Michi Ja, das musst du abhaben, als du da Rückblendenmeister bist Ok, der letzte Sektor sieht Cain Das sieht sonderlich stark aus Wir nehmen nur ordentlich Zeit Ich hab's grad gemerkt, ich bin einfach reingekrachelt Auch der war kaputt Ok, probieren wir bei der ersten Kurve Ich auch Oh, ich muss das nicht Und das ist ein guter Punkt Ok, das ist schon Aber wir haben ja nicht Und das ist ein guter Punkt Aber wir haben ja auch schon Sagen wir mal 35. Naja, ich habe Schwierigkeiten da, die KI zu überholen. Der letzte Sektor wird vielleicht entscheiden werden, wenn sie da so Schwierigkeiten haben, mit dem Gas geben. Da raucht's beim Jake. Jetzt gehörst du der Katz? Ja. Die Kurve hätte ich fast mal schön weggeschäppert. In den Jake rein oder einfach so? Nee, einfach in die Mauer. Die letzte Kurve hätte ich fast voll schön die Karre weggeschmissen. Nicht schön. Zieht da. Scheiße. Ah, der Weg. Wegströmen. Wann vorhin? Korrefeind? Ja. Ist oft so, ne? Wenn man Korrefeind gut ist, ist man startkacke. Wann vorhin? Korrefeind? Ist oft so, ne? Wenn man Korrefeind gut ist, ist man startkacke. Ah, die beiden können sich schon gut absetzen. Hey, klasse. Quaimts wieder. Weg, Wittmann. Oh. Wo stehen welche? Wo? Sektor. Jetzt nicht auf der Karte. Ach nee, du hast ja nicht die ganze Sicht. Sie wiegt das. Oder steht. Oder zumindest ist einer. Ich will dir wiegt man so. Dass es hier keine gelben Flangen gibt. Scheide ist an der Box. Ja, der ist raus. Fuck. Ich bin ein Pferd auf 14. Der erste Ausfall. War der nicht, glaube ich, Dritter? Wer? Scheider? Nee, der war, der Schwenkler war Dritter. Scheider war, weiß ich nicht, wo er war. Durch den Fick mit Wittmann ist Junker der ja vorgekommen. Ist auf der 6. Michi konnte auf jeden Fall ein paar Plätze gut machen. Fährt auf jeden Fall in den Top 20 irgendwo. Zumindest wird er jetzt größter Katz. Wo ist er denn mit? Ah, schon wieder die Kurve. Vergeniesgenasselt. Ich habe gerade auch. Ich auch. Wie auf der 13. Stork? Ich mache ein Paar. Wo ist er denn? Oh, weiter raus. Dann bin ich mal wieder mit einem Heckschnüffel. Kekser. Frisch gebackt. Bei 40 Grad 36 Grad und es wird noch heißer Uuuuuh Noch ein Fehler von Jamie Zu viel Kekse im Ausguss 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 Aufpuff Paffelpaffel Ein paar Führungskilometer Yes Gratuliere Die Kurve hast du hier wie die Pest Wir haben jetzt kurzfristig entschlossen, dass ich da auf der Seite vorbeigehe Jake auch wieder weit raus da Achso, ich dachte es wäre irgendwie an der Box gewesen, an dem Flugskilometer Der Jake kam Raus Zweimal zu weit raus Mittelsektor Beziehungsweise Mittelsektor unter dem letzten Kommt da wieder ran Dann wird gleich der Angriff kommen Ich sehe es schon kommen Mach zu diesmal, mach zu Nicht auflassen Mach den Arsch zu Hör Bestsektisch Hör Hör Du verkackst dich, Tico Hör 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 Er hängt mir am Trüffel Er lässt mich locker Oh mein Gott! Wollen wir wieder durchgehen? So, willst du da mal ein bisschen bremsen da vorne? Ganz gerne rankommen. Ah, die war gut, meine letzte Kurve. Oh mein Gott! 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 Strömen. Weg. Strömen. Ach, der geht auch in die Box, ich weiß es nicht. Die Reifen sind auf jeden Fall recht gut beansprucht. Das ist aber... Trinken, 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 trinken. Cheaten. D念't I G Du 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 du.. Uh! Boxenfenster Runde 11 bis 26. K.I. ist schon weit verbreitet. Und berühmt-berüchtigt. Sowieso. Sowieso. K.I. ist schon weit verbreitet. 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 wünschen wobei der wickens wurde meint ist so weit hinten ist er ja anscheinend nicht vielleicht war es noch ein anderes auto ich bin bei dem überlegen ob wir noch eins haben wir haben natürlich noch die schalter orange scheider ist gelb das können so verklären glock und hand und du natürlich hat wahrscheinlich auch die besseren reifen ich habe ihn wieder zurück gerämpelt kassiert ganz viel alles zurückgeblendet wenn kiste da zwischen uns beiden diese erste kurve glock da schon mit kleinen respekt abstand ich glaube ich jetzt bald schon mal einen großen stopp mache weil mir die reifen wirklich nicht der bringer sind die reifen im zweiten sektor für eine zeit verliebt frag mich mal Ersten Sektor hat noch minus 0,3 gehabt und den zweiten 0,9 plus Am Ende 1,6 Hui, da geht's mal raus Der Spengler ist weg Das ist ein Doku Das ist ein Doku Anno, hier ist ein Dlingo Ash Der zweite Sektor ist aber echt beschissen. Tschüss! Ich gehe vorne rechts bei 50% angekommen. Ich habe 74. 62 und ich gebe mal die Box. Den Großer. Hast du gut erkannt, mein kleines? Kann ich mir eine Alternativstrategie geben? Kann ich mir eine Alternativstrategie geben? Ich werde jetzt aber auch schon zu meinem Großen reinkommen. Du meinst, eins zu eins kopieren von mir? Gar nicht, weil ich muss ja eine Runde später... Ach, Headset klemmt irgendwo... ...klebt und klemmt irgendwo an mir dran... ...und er klemmt sowohl. Ah, der ist verschwitzt. Verschwitzt und zugenäht. Fast trippt. Es ist jetzt natürlich schön, dass ich wieder in all den ganzen... ...assoziierenden Arschlöcke... ...worte. Oh, wie bitte was? Ja, wie bitte was? Was sagst du? Was war eigentlich? BÄM! Ähh, entschuldige... Wen darf ich mir nicht wegblenden? AUA! Hehehehe Ihr fust mir auf der Track Pefett du Assi Na Scheider du alte Scheider Wie geht's da? So Pefett Ist der Arsch aber offen Vielleicht hat der Arsch aber kein Kürmster GO 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 Move your body every everybody Oh scheiße Weg, Green! Ich hab ne kleine Rechnung offen! Spengler geht vorbei! Entschuldigung, Pfeffet! Entschuldigung, ist es mir so leid! Ich sag dir, Entschuldigung! Hallo! Nimm meine Entschuldigung an! Du Assi! So wird das gemacht hier! So regeln das die richtigen Männer! Okay, die kreieren die Box! WUSCHI! End! Die Folgen stecken! Ohoho, ist das spannend hier! Guter Zeit! Mein der links, mein der andere links, mein der rechts, mein der andere rechts! Ui! Bam! Ja, ist gut! Mordina! Ich schwinge! Rauchst du? Du hast gerade geraucht, oder? Fanleitung hat geraucht! Smoke on water! Rauch auf dem Wasser! Wie er wieder singt, oder? Uh, da war der Check gerade draußen, oder? Ja! Dann haben wir uns mitgehabt, ja! Ja! So silly! Der Joker wird ein bisschen nähergekommen! Seid ihr schon mitten im Überrunden? Ja, ja! Ja, ja! Bis gleich der nächste Folge! Ich glaube, lang dauert es nicht! Noch 56 Sekunden, ich bin gespannt! Mord und Totschlag! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat! Ey! Wo war's ich? Ich bin auch noch immer hier! Auf Tabü! Bin auch noch immer Tabü! Hup! Da hab ich mal voll die Kurve vergessen! Oh, Pala! Tschollian! Panama passieren! Mord und Totschlag! Hat sie beide einen großen schon? Ja! Ach, Jacob mit einem Boxenstopp nur vielleicht! Das ist der Plan von ihm! Also, ein großer! Vielleicht mal gleich ein Pixel. Anders als in Spa. Kai kommt rein. Schon lange. Niepäckige. Die Geräte. Und siegnen in der Kupfer. Der Kupfer. Die Geräte. Kupfer. Die Geräte. Nicht mal mit frischen Schlippis kann ich aufholen. Jake geht an die Box. Veränder, du hast sie bei mir. Hallo. Wie ist denn deine Reifenbedingung, Jake? 50? Nein, ich war im 70er Bereich. Ist das widerlich? Vorne irgendwas mit 70, hinten irgendwas mit 80, glaube ich. Der Reifenklüsterer. Hallo, Ralf. Ich mache es dir heute wieder ganz toll. Hast du so lieb zu mir? Okay. Wir sehen uns auch. Wenn es sein muss. Okay. Ich bin ein Platzierer Like. Darf ich nachher aus Podest... Wenn es sein muss. Ah, du hast aber einen Reifen! Ach, ich muss mir das hüpfen! Boing 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 Boing! Schlägt irgendwie! Sei mein Rubber! Na, ein Vettel da, wie ein Autogramm! BLEH! BLEH! Hast du Gummim in der Fresse? Hast du Gummim in der Fresse? Hast du... Scheiß am Reifen? Hast du Scheiß im Gesicht? Gib Gummim in der Fresse! Gib Gummim in die Schummim in der Fresse! Ja, Spreng, weil... War sehr lustig, so ein bisschen von mir herzufahren. Wie wäre es, wenn du jetzt Platz machst? Hallo. Hallo. Michi auf der 11. Er geht ab. Er hat gut gefrühstückt hier. Schlippert schon hier auf der 14. Nein. Pfeffert, du 23, schade. Ich weiß nicht, ob es so spannender Halt als es bisher war. Also wenn, für Sunplay mal schauen, der einer, der ausgeschieden ist, was mit dem so passiert ist. Ja. Oder ich und Green in der ersten Runde. Und das, wo mich Pfeffert umgedreht hat, weiß ich nicht. Michi Splittstart. Oder Michi Splittstart. Nein, ich muss ganz erfahren, ich habe Flitze. Oh mein Gott, Spengler. Oder du Spengler. Runde 19. Nee, Quatsch. Nein, es ist gut, nein, es ist gut. Wir machen nur ein bisschen Brazinger-Action da nebeneinander. Oh Gott! Danke, Kumpel. Aber jetzt fehlt mir wieder jemand vor mir. Oh, ich vermisse dich, Spengler. Wenn wir mal so schön in die Kurven leuchten. Sei mein Kind. Spengler, ich brauche dich. Zu nah, aber du. Gerade auf einer neuen Basezeit und jetzt, wo ich wieder vorne war, vergab ich die Basezeit. Nein, Spengler, ich brauche mich. Spengler, komm, come on. Komm vor mir, bitte. Nein, nein, du. Spengler, komm. Spengler, komm. Du bist ganz nass. Raus aus dem Fall. Raus auf die Strecke, verstehst du mich? Wo ist dein Gungel? Du hast ihn verfahren. Als ich... Als zu mir der Weg geht's, Alter. Oh, 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 Spengler! Kürtgen-Ans-Trie. Rubbel, rubbel. Shit, shit. Schrupp, schrupp. Was sagt die Susi dazu? Rubbel, rubbel, schrupp, schrupp. Rubbel, rubbel, morse, morse. Es wird mir jetzt alles zu viel. Ich gehe an die Box. Ich halte den wirklich standen. Es gibt die KI hier unterwegs. Jake macht mit, wie ich sehe. Jake macht vor. Aber wirst du, wirst du mal nicht eingestellt hab, hey? Ich war schon auf dem Weg, als du es gesagt hast. Was machst denn du da? Ja, ich war zu schnell, ich weiß. Was machst du da, Bäm? Kommt der da mit... mit... sechs Sekunden? Blö, ich guck da hinten, fährt der neben mir. Hallo. Oh, ich guck da hinten, fährt der neben mir. Wie viel habt ihr noch im Tank? Ich habe jetzt 45. Da kommt um ein 31 Reichen. 5 Reichen. Ich war ein Bike für den letzten Stopp halt nochmal. Die Reifenwechseln will. Stopp. Die Schuhen reichen. Auch noch 31. Wie viele Stops? 2. Dann trakst du ja nochmal ein bisschen. Hm, was nicht. Was willst du sonst machen? Schindelschnupfen? Ja. Ich wusste nicht. Oh, Spengler! Ja, das sieht davor an. Streichel mich übers Haar. Spengler! Du geiles altes A. Da rief ihn Joke letztens genannt als Spengler, du Assi! Alles gut. Du glaub ich auch gleich. Alles gut. Bin ich ja beibeigeschossen hier im letzten Moment. Mein lieber Scholle. Mein lieber Schossi. Dritter momentan, dritter. Ah, schlecht rausgekommen, ne Spengler. Magst du wieder vorbei? Er fahrt wieder vorbei. Und ich kann's gehen. Ja, Alter. Sind wir hier bei der Tour de France oder was fahrt ihr da? Ja, übernimm du mal die Führung. Ne, du. Ich hab doch das Gelbe-Trikot an. Mach du mal die Arbeit. Nö, bitte. Gelbe-Haube. Hast du Doping? Ja. Nur Vollnuss. Hast du Vollnuss? Na ja, wieder mal seine Lieblingskurve. Ja, ich hab mir einige Ausritte heute schon geleistet. Super. Hallo, hier geblieben, Spengler. Ich muss dich hier. Wieder da davon, oder was? Ich glaube, es hackt. Oh, ich schlippe. Aus der Boxkana. Der Schlüppi. Der Hose. Aus der Schlüppi schöne Rapapapapum. Arschteiner. Gar nicht saufen. Das war bei... Bei Bleifuß war das immer war keiner, oder? Das ist so falsch. Kann sein, ja. Was? Oho, Spender. Achtung. Hier komme ich. Kratzer. Da haut es mir aber die ganze Soße raus Erzähl mir mehr Heilige Macaroni mit Käse Da kommt die Milka-Lila-Kuh aus der Büchse Und passt den Fat Batman an die Büchse Michi bremst doch nicht so Lass mich Oh Michi Weg da Michi Ich hab's ja schon mal gewusst, ihr beide Das wird gewissen Menschen aber nicht gefallen Stille Tiefe Wasser sind nicht still Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde zu fahren 9,999 Geil Darauf ein Schnaps Hallo Phibs Ach 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 Du kannst du aber schon wieder in die Tonne suchen Ewa Hier bei 58% angekommen Kann ich mein Mensch KI irgendwie annähernd einholen Geil Spendaaaaaa Jetzt bleib doch mal hier Spendaaaaaa Bí applications Gast metros Spendaaaa ja, nee, 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 nee Das ist Bruno... ... und Weiros, Spenker! Bruno, der Killerkafe! HELF! Was denn? Ja, der Killerkafe haben wir dazu gebissen! Ja, wo denn? Ja, hier, in meinem Armeln! Da kannst du dich angeln, da bist du wahnsinnig! Unser Otto Cheek Ober-Otto Leif auf dem Wacken Eber-Otto Leif auf dem Wacken gesinnt, das war nur eine Ehre Ah, die KI, du hast recht Cheek Jockel Die KI geht echt gut ab Mit den neuen Reifen Ich komme überhaupt nicht mit 22 Liter werden hoffentlich ausreichen Ja, was sagen eure Reifen denn? 54% What? Meiner sagt hallo Meiner ist... Jetzt stimmt es aber, wie sagt 82? Meiner sagt schon auf Wiederhören Meiner weht schon überall in Strecke Meiner geht mir denn gerade ab Letzter Stopp Meine Ohne Hey, hey, hey Die letzten 14 Minuten... Mieser Na Schlübi, alles fit Boah 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 Dieser Geruch in der Bude Oh, Krisch Boah Lass mich zu meinem Spenderfreundchen Lass mich zu meinem Spenderfreundchen tut es mal du lässt grüße es ist mir scheißegal welcher film erfolge werden habe bei mir gespielt da geht's hast du denn ich gehört ich muss davor verstehst du nicht hörst du wieder schlecht ja weiß ich wieder schimpf mir denn der klaus der klaus kinski und du willst doch nicht dass ich sauer oder klaus ist in polen ein imperativ lustig da krieg ich gleich den wickelst ich habe es doch eilig jungs ich habe Bock auf Spiegelchen mit euch wenn du einen Spengler siehst dann grüße von mir ich bin erst beim Vitoris ich glaube zum Spengler werde ich nicht kommen es sei denn der macht seinen letzten vor mir ein flotter dreier für Junker deiner engel mich das sind engel hohe der ist gerade durchgereicht worden toll hat den Junker de an ihm vorbeigeschoben toll Strafe für Walvo gibt doch eh keine Team Meisterschaft mehr machst du die noch für dich? ne 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 aber du kriegst von BMW ne Geldstrafe das juckt ihn aber da verkauft er ein paar ich geb dir gleich die meine Iban äh die Iban von BMW wo du das Geld hinschicken kannst da verkauft er ein paar mehr Vollnussschokoladen schon hat da die Kohle wieder drin so läufts hört auf den Clown was soll ich denn sagen als Sponsor kacke dreiste pure kacke du hast aber noch Kastrol dabei ach scheiß Sponsor die werden alle total happy mit dir ach scheiß Sponsor ja dann ist jeder ein Sponsor die kann mir mal einen Pimmel tuten cool dude Upsi hab von denen noch nie Geld gesehen von ihnen Lappen so laschen ich hab von Art of Dark schon mal Geld gesehen ich geb da nur Geld aus sehr stolz hat man irgendwie nass und von dem von dem Nürburgring-Nordschleife wie oft ich mich da schon beworben hab aber klatsch mal auf die hin wie das Auto nur die Sachen was wir lieb finden ruf hm hm hab ich dir überlegen Durex Durex Playboy Klopapierfärbung? klar der Charmin Bär Tch 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 t mit Klopapier eingerolltes Weißt du, so ein Design, wo überall Klopapierstreifen quer was, hallo, quer übers Auto gehen. Wie die Mumie. Ja. Das Erwachen der Wurst. Das Erfurzen. Das Einschläfern dann wohl her. Boah. 8,5 Minuten auf der Ehe. Okay, Kair ist vor mir. Ich will. Du, er ist so krummig. Was habe ich heute gesehen? Was lief um 20.15 Uhr heute im ersten? Kriegst du noch keine Affäre? Ja. In Averhofer. Ganz schön, Drells. Die Klauen einfach so deinen Namen. Ja. Ich verklag die. Aber sie haben noch gar nicht, sie heißen noch gar nicht so. Er hat, hat sie ihn. Der Jake heißt gar nicht so, er ist die ganze Zeit belogen. Joker heißt nicht Joker, Wairo heißt nicht Wairo. Würde mich mal interessieren, also ich habe mal in irgendeinem Video ja gesagt, dass Jake nicht mein echter Name ist. Mich würde mal interessieren, wie viele, wenn sie da noch zugeschaut haben, sich da gedacht haben, hä? Das macht doch mal keinen Sinn. Aber deiner reimt sich nicht so auf Sachen wie der von mir. Okay, dann habe ich noch nichts aus Versehen rausgehauen. Oh, Hand, Hand, Hand! Nein, auch auf Hand rein, dass ich nicht, da fehlt ein Buchstabe. Blue Flag, Blue Flag, hallo! Nein, da überhaupt auch nicht. Rückblende, hallo! Wenn Vettel zu viel Michi schaut, rückblende, hallo! Wie viel Weltmeister wer hat? Codemasters, Formel 1, Battle, eSports berechnet, rückblende. Oh, Priur, du Idiot, Gedeckter! Jeder hat wo Rennen. Team! Meister wird Weltmeister. Nicht Zeit, hohohohoho! Nee, Dat war gerade ein gutes Manöver, dat man! Ach so! João райont Klitoris! Hey! Ich freue mich nicht alles. Du ihn! Nicht so. Na schon. Na, Werner. Bleib doch wein hart, aber nicht so. Tombe. Montara, du italienischer Schwanz. Jetzt bin ich vorbei. Sisi, Schwanz. Spaghetti, Schwanz. Montara ist Franco-Italiener. Ist mir noch egal. Egal ob er Franco oder Jonas heißt. Montara Italiener. Schmeckt wie bei Italiener. Ja, ja. Bei der Leichtathletik-EM gibt es eine deutsche Sprinterin. Die heißt Lisa Marie Kijabe. Und wurde in Guineo geboren. Und kommt aus Neukölln. Schön. Damit wir endlich mal Goldmedaillen auch im Sprinten holen. Yes. Hör doch mal Zeilen. Deutsche sind doch für ihre Schnelligkeit bekannt. Immer müssten sie den deutschen Bahnen hinterherlaufen. So, haben wir uns jetzt wieder ausländerfeindlich und frauenfeindlich genügt gemacht. Diejenigen, die ja hier letztens schon mal bei uns sind. Dann kommt da eigentlich jemand vor Ort. Schau doch, dass ich meine Meinung sage. Mal, wo musst du sonst raus piercen? Wahnsinn. Das ganze Rennen raus. Das ganze Rennen raus. Da fahr ich gleich raus. Jaaaa. So. Spengla. Wie wärs jetzt, wenn du mal ein bissl Pause machst. Komm überhaupt nicht mit. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Schau doch. Er muss ja nochmal an die Box. Oder scheinbar er wird disqualifiziert. Schau. Das wär ja super schade. Hast du die jetzt hinter mir gefahren? Die ich alle überholt hab. OOOI! Junkadea! Machen wir die wiederholung. Junkadea! Oh, meine Augen. Was? Du bist auch extrem leise. 133 Thumbnail. Jake. Sag nochmal, Jake. Ja. Was war denn? Falls Junkadea kein anderes Thumbnail findet, das könnte noch sein. Was war denn? Ah ja. Fuck. 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 Ich ende es mit Junkadea, um es mal so auszudrücken. Was war denn? Anders ausgedrückt, die fette Sau hat keinen Platz gemacht. Und ich hatte keinen Bock, das hinzunehmen. Ich hab ihn spontan ins Heck geknallt. Du musst ihn schon so nehmen, wie er ist ja, auch wenn er 50 Kilo übergewicht hat. Das darfst du doch nicht sagen heute. Heute ist jeder so schön, wie er aussieht. Die Schönheit kommt von in. Boah, ich bin den besten zweiten Sektor meines Lebens gefahren hier. Die Kompass, Herr Kapitän. Wenn wir eins hier hassen, dann ist das Umweltverschmutzung. Schmeiß die Pulle ins Wasser. Was ist eure beste Zeit? 1,40, wo sind sie? 39,35 noch. 1,40, 6,38. Aber ich hab ja den letzten Sektor verschissen. Oh, da kommen sie aus der Box raus. Los, schnell weg hier. Da vorne war Spengler kurz zu sehen. Ja, da hat sie mich abweisen lassen. Duki. Oder ich bin einfach schön durchgepießt. Ich vermisse meinen Spengler. Ich mach Fehler. Letzte Runde für Jake. Oder das wird es schon gewesen sein wahrscheinlich. Kannst du noch wieder nachdem, wenn du Bock hast, kannst du es noch ruhig angehen. Bleib einfach stehen da. Nee, nee, nee. Ach. Würde vielleicht gerade so gehen. Aber nein. Arsch. Ich bin gefeiert noch 8 Liter im Tank. Nee. Das wär's doch gewesen. Die Jacke rollt raus. Ich hole den zweiten. Dann geschlossen. Ach, Spieler nicht mit dir, gell? Wir sehen schon wieder Fans von Jake, weibliche vor allem, die ihr T-Shirt hochreißen. Das hatten wir doch erst auf dem Pappen. Und dann wurde ich damit ausgepeitscht. Toll! Zuckerbrot und Peitscher. Zuckerbrot und Peitscher. Und dann haben wir ja den ältesten lebenden Fan der DTM, die 87-jährige Inge. Meisel. Auch sie zieht ihr Oberteil aus. Die Fahrer ballern alle in die Mauer. Wer von den Fahrern hat heute die Sonnenbrille auf und sieht es nicht. Auch das kann ich wieder rauspeepen. Entschuldigungs für alle Inges. Für alle 87-jährigen Inges. Du meinst wohl bei und nicht für. Peep ich eh raus. Geht's gut. Oh, der alten 33-jährigen verrückten Clowns, die so eine Scheiße erzählen. Gratuliere. Gratuliere. Inge. Toll. Gut gemacht. Ich richtig zähle siebten Zusammensieg. Ja. 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 Jetzt ein Sekt. Gratuliere, Junge. Stark. Nein, der ist 17,4 Abstand. Das ist der fünfte zweite Platz der Saison. Der ewige zweite. Hier ist so ein Kindersekt. Clownsekt. Nicht gleich alles auslaufen. Auslaufen? Scheiße ist mir, Baham. Scheiße ist mir, Baham. Scheiße ist mir, Scheiße ist mir, Scheiße ist mir. Hui. Toll, jetzt müssen wir uns auch rauspiepen, das Hui. Das geht doch nicht. Muss alles zensiert werden, Mensch. Hui geht's natürlich auch in männlicher Form. Hui. Und in Transgenderform, Hui. Das war stimmlich gar nicht mal so schlecht. Hui. Hui. Gibt es sonst noch was? Lesben. Hui. Oh nein. Glückwunsch, Walvo. Danke. Was macht denn meine KI? Ich mach gleich da weiter, wo ich aufgehört hab. Vierter, dritter Platz der Saison. Ach. 1,30 Rückstand. Nee, nee. Nur Spengler noch. In derselben Runde. Spannender Fight mit Spengler. Fass du das ganze Rennen? Und den hat er ein bisschen abgereist lassen. Aua. Hier sehen wir das Ergebnis. Ja, na dann. Schauen wir mal. Weder gewinnt vor Joker. Walvo, Spengler, Tombi, Titoris, Glock, Eng, Wicken, Schlübber. Dann auf der Elf, Götz. Michi auf der Zwölf. Gut aufgeholt, aber keine Punkte. Und auch kein Rückblender diesmal. Sorry. Dann Jukedeiler, Rockenfeller, Eckström, Werner, Muldiner. Werner, Motortodschlag, Ara, Prio, Wittmann, Teffet, Greenhand und Scheider ausgeschieden. Mit Motorschaden. Motor. Ähnlich. Hodor. Hodor. Ja, vier der besten in der gleichen Runde. Am besten Runde geht an ein Chick, würde ich mal mich weiter aus dem Fenster lehnen. Der einzige, der unter 1.40 gefahren ist. Und was ist das mit Rennen 9? Genau, die Hälfte ist geschafft. Die zweite Hälfte beginnt nächste Woche. Nächstes Mal geht's nach Greyhound, glaube ich. Wenn ich richtig informiert bin. Bevor es dann zweimal nach England geht. Gute Erinnerungen. Greyhound, dann Donington und noch Hill. Hill, Hill, Hill. Jake, was fällt dir zuerst an, wenn du an Greyhound denkst? Fahr weiter, du Idiot. Aber was, ja. Na gut, na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Mitfahrern. Gerne, danke auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Im Greyhound. Ja. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Super, Bruder. Danke. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. iete. Tschüss. Vielen Dank.